Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht um Krypto, aber irgendwie schon. Ihr habt zum Titel gelesen, es geht um eine Bachelorarbeit über Krypto. Und ich habe das ja tatsächlich schon mal angekündigt, wo ich den Kanal gegründet habe, so in dem Bereich. Da stand aber noch nicht alles fest und ich dachte mal, hey, da ich auch ab und zu immer mal stückweise Nachfrage bekommen habe. Hey, wie sieht es denn mit deiner Bachelorarbeit aus? Kannst du da bitte mal ein Update geben? Dachte ich, okay, ja, ich gebe euch hier mal das Update, denn planmäßig zurzeit sieht es so aus. Dies wird mein letztes Semester sein. In diesem Semester wird auch der Bachelor geschrieben. Und im vorherigen Semester stand es ja auch schon ein bisschen zur Debatte. Da hatte ich aber noch einige Prüfungen zu schreiben. Jetzt habe ich eine einzige Nachprüfung und eine Bachelorarbeit. Das heißt, vom Unitechnischen her sieht das natürlich erst mal recht ordentlich aus. Ja, ich hatte tatsächlich dann aber eine Anforderung, die vielleicht ein bisschen kontraproduktiv ist, wenn man jetzt daran geht, hey, die Bachelorarbeit muss fertig werden. Denn ich habe mir gesagt, ich lese mir vorher drei Bücher durch. Und zwar Nummer 1, Blockchain im Umbruch. Das Buch liegt jetzt gerade nicht hier, habe ich aber komplett durchgelesen. Ein Buch ebenfalls und zwar Blockchain, den Chemiesektor revolutioniert, ungefähr in dem Bereich. Und jetzt ein Buch über die EZB. Und das Buch bin ich tatsächlich jetzt auch fast durch. Das heißt, die Bachelorarbeit, die geht jetzt voran, beziehungsweise wird dann angefangen, sobald diese Bücher durchgelesen sind. Und kurzer Cut, Konstantin aus der Zukunft hier. Ja, wir haben es geschafft, beziehungsweise ich habe es geschafft. Alle drei Bücher wurden durchgelesen. Das heißt, meine Voraussetzungen wurden erfüllt. Und genau deswegen bin ich gerade am Videos vorproduzieren, damit ich mich in der Woche natürlich auch verschärft um die Bachelorarbeit kümmern kann. Ja, das heißt, ich bin jetzt aktiv drauf und dran. Ich versuche das auch so schnell wie möglich fertig zu bekommen. Und das heißt, ja, der Startschuss ist gesetzt. Die Bachelorarbeit wird jetzt angefangen. Ein Gespräch muss natürlich vorher auch nochmal geführt werden, damit ich mir sicher sein kann, dass ich die Bachelorarbeit auch wirklich schreibe. Und das hat sich alles etwas verschoben. Aber ansonsten, ja, steht dem ganzen Projekt auch nicht mehr viel im Weg. Das wollte ich nur ganz kurz dazu sagen. Jetzt geht es weiter mit dem aktuellen Video mit Konstantin aus der Vergangenheit. Denn das war tatsächlich vor dem FTX-Crash. Das Video habe ich extra vorabgenommen, um einen Tag freizubekommen. Was daraus passiert ist, ja, genau, einen Tag später, beziehungsweise sogar während des Tages ist der gesamte Spaß schön nach unten gebrochen. Mein Feiertag war somit hinüber und ich habe dann durchgängig Videos produziert. Ja, das war es als Vorabgeschichte. Wir sehen uns mit Konstantin aus der Vergangenheit. Und je nachdem, wie viel Interesse ihr habt, ob ich das ganze Projekt mal dokumentieren soll. Denn, ja, man macht natürlich da auch recht viel Research. Man hat dann im Endeffekt eine wissenschaftliche Arbeit, die man vorzuweisen hat. Die werde ich dann sehr wahrscheinlich natürlich auch hier veröffentlichen. Wenn dann natürlich das Interesse besteht, dann mache ich das natürlich ganz gerne. Und wie gesagt, wenn ihr da Interesse habt, weil ich habe sowas tatsächlich noch nie gesehen, eine Bachelorarbeit über Krypto, über Blockchain. Das finde ich sehr interessant. Deswegen dachte ich, ich mache das hier auf jeden Fall. Bloß kann man natürlich auch noch auf YouTube ein bisschen dokumentieren. Das war auch einer der Gründe, warum ich hier einen YouTube-Kanal gestartet habe tatsächlich. Und deswegen machen wir hier sozusagen die erste Folge, falls euch das interessiert. Falls euch das interessiert, gerne zeigen mit Engagement, gerne schreibt auch einen Kommentar. Somit sehe ich natürlich, dass ihr Interesse habt. Und ich kann euch ja mal ein kurzes Sneak Peek geben. Das Ganze muss natürlich noch abgesprochen werden. Man muss natürlich auch eine Kernfrage formulieren, die man dann natürlich in der wissenschaftlichen Arbeit auch ordentlich antworten kann. Und das ist tatsächlich gar nicht mal so einfach, weil in Krypto hast du so unglaublich viele Themen, die du besprechen kannst. Du kannst Krypto auf eine makroökonomische Sicht sehen, wahrscheinlich auch auf eine mikroökonomische Sicht. Du hast die Token Economy als solches, du hast das Web 3, du hast Dezentralität. Du hast aber natürlich auch noch mal eine Spieltheorie drin, was natürlich wieder Mikro und Makro wäre. Also du kannst es unter sehr, sehr vielen Aspekten begutachten. Und ich dachte mir so, das ist tatsächlich mal gar nicht so einfach. Ja, weil ich kann ja nicht einfach über irgendeine Krypto schreiben, über Bechain oder so. Da muss man natürlich auch einen tieferen Zweck haben. Und ich denke mal, den habe ich jetzt tatsächlich gefunden. Deswegen nehme ich euch jetzt mal mit rein in meine Gliederung. So, wir sind jetzt hier auf Pages und ich zeige euch hier einfach mal die Gliederung, so wie es ungefähr aussehen könnte. Das ist auf gar keinen Fall fertig. Ja, das wird dann auch adjustiert und verändert. Aber, ja, finde ich ein bisschen komisch an, auf einmal hier Unisachen mit YouTube zu verbinden. Und zwar unter dem Aspekt finde ich das sehr interessant. Ja, damit man Krypto natürlich auch sehr gut in ein Wirtschaftsstudium mit einbauen kann. Ja, weil rein theoretisch ist Blockchain ja auch sehr viel Technisches. Ja, hatte ich die Idee einfach ganz generell die Geschichte des Geldes aufzugreifen. Ich denke mal, da muss ich jetzt nicht so viel erzählen. Ja, von Rohstoffgeld und so weiter. Muscheln damals zu Kriegszeiten Zigaretten, wo man dann auch ein bisschen das Vertrauen ins Geldsystem verloren hat. Mit der momentanen Inflation eigentlich ein sehr aktuelles Thema auch. Ja, das heißt erstmal Geld definieren, Kriterien, Funktionen und so weiter. Damals, heute, Zukunft. Wie könnte denn Geld in der Zukunft aussehen, ja? Denn ich hatte tatsächlich auch vor genau einem Jahr eine Vorbereitungsaufgabe für den Bachelor. Ja, ein Modul, was eine Vorbereitungsaufgabe für den Bachelor ist. Halb gewichtet, das heißt halb so viel schreiben, halb so langer Vortrag und halb so viele Credit Points. Und da habe ich tatsächlich auch über Silvio Gesell geschrieben, ja? Über Freigeld. Bloß dazu, ja, momentan lese ich natürlich das EZB-Buch. Finde ich auch ganz wichtig, dass man sich mal mit der EZB beschäftigt und mit der FED, um das Geldsystem zu verstehen. Ja, das heutige Geldsystem, zentralisierte Geldpolitik, EZB und FED. Auch ein Thema, was man natürlich auch sehr gut mit Krypto mit reinbringen kann. Beispielsweise mit den CBDCs, ja? Somit kann man in dem Hinblick natürlich auch auf die Probleme des Geldes eingehen. Die Kritik, ja, da gab es auch von Silvio Gesell eine Kritik, der hat das schon recht schnell erkannt. Und zwar, dass Geld an sich eine Übermachtstellung hat. Dass Rohstoffe beispielsweise rosten, dass Kleidung mit der Zeit entweder abgetragen wird, sich generell entwertet. Weil Kleidung kannst du nicht einfach 100 Jahre lang einfach lagern und dann sieht das aus wie neu. Nein, das ist nicht so. Bei Geld hast du aber rein theoretisch, wenn Geld nicht inflationär ist, hast du dann natürlich bei Geld im Endeffekt einen gleichbleibenden Wert. Kaum Risiko, keine Instandhaltungskosten, keine Lagerhaltungskosten. Und sonst was, deswegen ist Geld natürlich hier in einer Übermachtstellung, ja? Zudem wird das aber auch unendlich gedruckt von der EZB, von der FED und in den Markt geschmissen. Günstiges Geld in den Markt geschmissen, was natürlich für einige Probleme sorgt, wie wir es natürlich jetzt auch sehen. Und ob da nicht eventuell, ja, das Ganze mit Bitcoin vielleicht sogar gelöst werden kann. Wie weit Bitcoin solche Probleme lösen kann. Generell Kryptowährung, dezentrales Geld. Unter Erklärung natürlich des Token-Systems, der Proof of Work, den Schwachpunkten, die Bitcoin hat, ja? Und natürlich auch noch mögliche Lösungen. Beispielsweise habe ich jetzt einfach mal Decreed aufgeschrieben. Da Decreed natürlich ein verbessertes Bitcoin ist, ja? Ganz einfach gesagt. Wie man vielleicht sogar ein noch besseres Bitcoin entwickeln kann. Ein zukunftstauglicheres Bitcoin, sage ich jetzt mal. Weil die Transaktionsgebühren ja natürlich recht hoch sind. Das alles unter dem Kernaspekt Geld. Und natürlich auch, wie Bitcoin möglicherweise die Zukunft revolutionieren kann. Das wird meiner Meinung nach sehr interessant. Deswegen habe ich jetzt bis jetzt ungefähr, ja, den Rahmen ausgearbeitet. Ich denke mal, so wird es hier nicht aussehen. Das Endergebnis wird ganz anders aussehen von der Gliederung her. Aber irgendwie muss man ja anfangen. Und jetzt ist die Frage des Videos. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, ob ich das entweder im Stillen machen soll. Ob ich das einfach nicht publik hier machen soll, ja? Oder ob ich euch tatsächlich mal mitnehmen sollte auf so eine Bachelorarbeit. Falls ich beispielsweise interessante Themen finde, wo ich sage, hey, da kann ich euch auf jeden Fall dran teilhaben lassen, ja? Bezüglich der EZB, bezüglich des Geldsystems und so weiter. Also da gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Updates haben wollt. Wenn ich dann diese Bachelorarbeit wirklich anfange oder nicht. Könnte, denke ich mal, eine sehr interessante Reise werden. Und da auch einige, wie gesagt, vorher auch schon darüber nachgefragt haben, hey, wie sieht es mit deiner Bachelorarbeit aus? Denke ich mal, könnte das tatsächlich auch eine gute, interessante Serie werden, die eben kaum jemand macht. Also ich habe das tatsächlich noch nie gesehen, ja? Ja, deswegen gerne Rückmeldung in die Kommentare, wenn du das nicht verpassen möchtest, ja? Natürlich auch gerne ein Abo lassen. Und ansonsten, genug geredet, ich werde mein Buch jetzt weiter durchlesen. Es sind noch ungefähr 100 Seiten. Und ja, dann halte ich euch, denke ich mal, up to date. Wir sehen uns. Peace out.